Und der Spaziergang im Wald, und dann hörte ich auch nicht aus, und am 10 Uhr starte ich meistens noch nicht ab, und dann ruhe ich mich gar nicht hin. Und zum Abend, und ich finde es warm. Muss man mit der Letzten gehen, oder? Nein, sonst ist es auch gut. Ich weiß es nicht. Bis heute habe ich kein Problem gehabt, aber es kann nicht morgen anders sein. Dass man da auftritt und bilden und so ein Zeug braucht, was ich bis heute noch gar nicht habe. Aber es geht auch mal. Und dann bin ich zufrieden, die müssen zusammen mit mir sein. Und dann müssen ich schauen, ob ich was tun müsste. Kann ja auch passieren. Du haltest dich ja selber fit. Ja, mal noch schon, solange es geht. Ich probiere mal ein solches Eltern von mir zu haben nachher. Das war nicht so einfach. Dann gehst du nicht mehr auf die Berge gehen, so wie in der Hand. Das war nicht so einfach. Dann blieb ich nicht mehr auf die Berge gehen. Dann blieb ich nicht mehr auf die Berge gehen. Ich versuche nur noch ein solches Eltern von mir zu haben. Dann blieb ich nichts mehr auf die Berge gehen. Dann blieb ich ganz auf das Herz. Dann blieb ich eigentlichci in der Rückmärkten. Ich versuche nur noch eine Begrüte zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020